Lass uns anfangen. Heute spielen wir Minecraft. Uhu, lass es uns tun! Dieses Mal habe ich etwas Lustiges geplant. Hör zu, Mikey! Hä? Was ist es? Jedes Mal, wenn wir springen, erhalten wir einen zufälligen Gegenstand in unserem Inventar. Moment, wie funktioniert das? Probieren wir es aus. Ich gehe zuerst. Zuerst springe ich. Drei, zwei, eins, springen! Oh! Wow! Siehste, ich habe einen Gegenstand. Eine Druckplatte. Wow! Das war nicht der beste Gegenstand für den Anfang, aber es ist völlig zufällig. Sicher, ich habe Gras bekommen. Das war's? Hey, schau! Was? Eine Art Ei. Was ist drin? Es ist eine Art Spawn-Ei. Das bedeutet, dass es ein Monster oder ein Tier hervorbringt. Versuch es doch mal. Wirklich? Ja. Ich hoffe, ich bekomme etwas Gutes. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Es ist ein Feind. Springe, um etwas zu bekommen, mit dem du kämpfen kannst. Oh, eine Axt! Ich habe ein Spawn-Ei bekommen. Vielleicht hilft es. Oh! Oh nein, ich habe einen Pigling gespawned. Ein weiterer Feind. Oh! Ich muss weiterspringen. Spring, Mikey, spring. Wir brauchen bessere Gegenstände. Komm schon, spring, spring, spring. Ich sprenge. Ich habe einen goldenen Apfel bekommen. Ich werde ihn essen. Cool. Spring weiter. Oh, noch ein Spawn-Ei. Ich hoffe, es ist etwas Gutes. No, eine Trunkner. Zu viele Feinde. Ich habe ein Ei bekommen. Cool. In Ordnung. Was ist das? Oh, ein Pferd. Das Monster, das du gespawnt hast, kommt auf den Regen nicht klar. Komm schon, Mikey. Wir brauchen nur etwas, mit dem wir kämpfen können. Ein Endportal. Etwas Holz. Oh, TNT. Hey, ich habe noch ein Spawn-Ei bekommen, Mikey. Oh, es ist gut. Wow, Mikey. Es sieht so aus, als ob alles darauf aus ist, dich zu erwischen. Ich komme schon klar. Ich hoffe, das bringt etwas Freundliches hervor. Ernsthaft? Eine Spinne? Lauf. Lass uns dieses TNT verwenden. Ja. Okay, ich habe einen Holzknopf gefunden, um es zu aktivieren. Super. Platziere das TNT. Dann drück den Knopf. Hä? Das könnte dich in die Luft jagen. Hey. Hahaha. Haha. Oh, ich habe es überlebt. Es geht dir gut. Das hat Spaß gemacht. Wow. Was nun? Warum springen wir nicht weiter herum, um ein paar gute Gegenstände zu finden? Sicher. Ein Akvisator? Das ist super selten. Wow. Das kann nicht sein. Komm her. Schau dir an, was ich habe, Mikey. Mhm. Was? Siehst du das? Elytren. Wow. Und Diamantstiefel. So ein Glück. Ich will auch welche. Ich werde mit meiner Elytra gleiten. Cool. Wow. Schau dir das an. Was? Ich habe eine Netherridge-Spitzhacke. Wow. Das ist unglaublich. Wie cool. Ich bin nur ein paar Rüstungsteile von einer vollständigen Ausrüstung entfernt. Cool. Hier, nimm den. Ich habe bereits einen Diamant-Helm. Danke. Wir machen wirklich ein Chaos. Okay. Zeit zu fliegen. Wow. Juhu. Cool. Wow. Episch. Das war ein Riesenspaß. Elytren sind solche seltene Gegenstände. Aber ich habe meine ganz einfach bekommen. Komm her. Warum? Ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, das dir gefallen könnte. Nimm es. Oh, ein Feuerwerk. Ja. Vielen Dank. Wenn du Feuerwerkskörper verwendest, während du eine Elytra... Was ist los? Etwas Großartiges. Ich zeige es dir. Fertig? Start. Schau mal, wie schnell ich bin. Sehr gut. Wow. Das war verrückt. Diese Gegenstände sind die besten. Du solltest versuchen, auch eine Elytra für dich zu bekommen. Ja. Das wäre toll. Ja. Ich will welche. Nun, spring einfach weiter. Oh, Netherit-Rüstung. Cool. Ich kann sie nicht gleichzeitig mit der Elytra tragen. Nimm du sie. Mein Inventar ist voll. Ich kann nicht glauben, dass ich eine Netherit-Spitzhacke habe. Das ist extrem selten. Es baut super gut ab. Oh, ein Schleimball. Was ist das für ein seltsam aussehender Pilz? Da bin ich überfragt. Netherit-Stiefel? Wow, cool. Hey, noch ein Ei. Ich habe einen Haufen Eier. Lass sie uns benutzen. Klingt gut. Wenn ein Feind spawnt, schalten wir ihn mit meiner Netherit-Spitzhacke aus. Okay. Ist das ein Schwer? Ja. Sieht so aus, als hätten wir ziemlich starke Ausrüstung aufgenommen. Diamant-Helme und Netherit-Rüstungen. Wir sind wirklich schwere, Jungs. Ja. Lass es uns tun. Wir haben das. Los geht's. Los. Oh. Ein Schweinchen. Cool. Ihr Piglin, nimm etwas Gold. Hey, au. Hör auf. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir keine goldene Rüstung tragen. Lass uns kämpfen. So. Ja. Ja. Wir haben gewonnen. Wow. Wow. Gut gemacht. Schau dir das an. Hm? Es ist eine Art Trank. Oh. Ich sollte ihn trinken. Oh, ein Lagerfeuer. Okay. Wird schon schief gehen. Fertig? Ah. Hä? Oh, Mikey. Du bist heftig verbrannt. Das war warm. Dieser Trank, den ich in der Hand halte, heißt Drachenatem. Aber es sieht nicht so aus, als könnte ich ihn trinken. Hey, ich habe ein Ei. Lass es uns spawnen. Okay. Okay. Los. Oh, es ist ein Wächter. Greif ihn an. Moment. Wo ist mein Schwert hin? Es ist in Ordnung. Ich kann meine Netherage-Spitzhacke benutzen. Oh, oh. Noch ein Treffer und ich bin tot. Nein. Aufhören. Das war knapp. Hast du irgendetwas, was ich essen kann? Ja. Genau hier. Hm? Ein goldener Apfel? Oh, Mann. Ich bin gestorben. Ich werde dich rächen, JJ. Das macht Spaß. Aber es gibt zu viele Feinde. Ein Bett. Ich habe auch ein Bett. Wir sollten schlafen. Ja. Es ist nach unserer Schlafenszeit. Ich kann mit meiner Netherage-Spitzhacke eine Höhle ausheben. Schlau. Das Graben damit ist so einfach. Oh, heilig. Die Monster. Blockiere den Eingang. Es ist dunkel hier drinnen. Ja. Es ist in Ordnung. Ich habe ein Leuchtfeuer. Oh, das Ding ist hell. Cool. Wow. Dieser Raum sollte groß genug sein, damit wir darin schlafen können. Cool. Zeit, unsere Betten aufzustellen und schlafen zu gehen. Gute Nacht. Oh, gute Nacht. In Ordnung. Wir füllen unsere Höhle mit Gegenständen. Ich habe eine Spitzhacke. Oh. Cool. Das war ein Glückssprung. Hey, Mikey. Schau mal, was ich habe. Was ist es? Es ist eine Jukebox. Oh, großartig. Ich habe CDs dafür. Setzt sie ein. Wow. Wow. Cool. Ja. Gehen wir nach draußen. Warte. Ich habe noch ein Ei. Ich auch. Lass sie uns ausbrüten. Oh, oh. Kugelfisch. Meine Schuld. Das war ein Fehler. Ich habe noch eins. Brüte es aus. Was bekommen wir? Ah, ein Creeper. Das ist nicht gut. Hey. No. Das hat mir nicht gefallen. Das war knapp. Ohne unsere Rüstung hätten wir nicht überlebt. Lass uns noch ein Ei ausbrüten. Ich weiß nicht, was daraus spawnen wird. Tu es. Drei, zwei, eins. Moment mal. Was? Ein Huhn? Nicht schlecht. Ich habe ein schwarzes Ei. Mache es. Fertig? Ja, mein Herr. Drei, zwei, eins. Hä? Wow. Ein Enderman. Stelle keinen Augenkontakt her. Hey. Vorsicht. Hilf mir, JJ. Alles gut. Er hat sich weggebeamt. Oh, er ist weg. Das ist gut. Oh, noch ein Ei. Drei, zwei, eins. Wow. Oh, ein Tintenfisch. Ich glaube nicht, dass er hier drinnen ohne Wasser überleben kann. Warte, ich habe Wasser. Hä? Fertig? Sicher. So, jetzt kann er leben. Er hat auch einen Freund. Lass uns weiter nach guten Gegenständen suchen. Ich habe ein Ei bekommen. Wir haben so viele. Ich weiß. Ich werde es sofort spawnen. Oh, oh. Ein Zombieschweinchen. Hm. Schon wieder? Oh nein. Was ist das? Geh weg. Ich habe einen Feind gespawnt. Schau mal, wie groß er ist. Ich kann dir nicht helfen. No. Warte. Er hat mich auch erwischt. Nein. Wir haben versagt. Oh nein. Ich habe keine Ahnung, wo wir respawned sind. Wo sind wir? Wir sind verloren. Wir müssen hier bei Null anfangen. Das ist schade. Lass uns einfach anständige Gegenstände besorgen. Oh, schau mal. Ein goldener Block. Oh, cool. Ich werde dieses Ei ausbrüten. Ein Panda? Wow. Das ist ein ziemliches Glück. So weit, so gut. Ich habe ein Goodie gefunden. Was? Nimm ihn. Hier. Wow. Ist das ein Netherit-Helm? Ja. Danke. Jetzt ist mein Kopf super sicher. Super. Lass mich nachdenken. Okay. Eine Endertruhe. Ich habe noch ein Ei bekommen, Mikey. Hm. Los geht's. Eine Biene. Oh, sie ist so süß. Ja. Sie wird uns nicht schaden, solange wir sie in Ruhe lassen. Oh, ich habe noch ein Ei gefunden. Oh, oh. Ein Wither-Skelett. Oh. Lauf weg. Hey. Hahaha. Lass uns zu diesem gefrorenen Bereich laufen. Klingt nach einem Plan. Schau mal. Ein Eisbär. Wie cool. Ein Redstone-Block, etwas Holz. Hier ist ein Pilz. Wir machen ein großes Durcheinander. Das macht so viel Spaß. Jedes Mal, wenn du springst, fällt ein Gegenstand heraus. Oh, ich verstehe. Schau, wie viele Gegenstände auf dem Eis verstreut sind. Juhu. Was ist das? Wow, cool. Wir haben einen Mushroom. Cool. Der ganze Mushroom-Eintopf, den wir essen können. Wir haben genug Holz, um es zu ernten. Ja. Mushrooms sind die besten. Das ist sicher. Während ich auf den Mushroom klicke, während ich eine Schüssel in der Hand halte, bekommst du unendlich viel Eintopf. Du wirst nie wieder hungern. Cool. Wow. Sehr gut. Was? Das. Moment. Ist das ein Enderdrachenkopf? Ja. Können wir ihn tragen? Was? Wirklich? Siehst du? Wow. Oh, cool. Das ist so episch. Ich habe ein Ei bekommen. Oh, was ist das? Wir sollten bereit sein, alles zu bekämpfen, was herauskommt. Ich brüte es aus. Sicher. Drei, zwei, eins. Unglaublich. Ein Hund. Es freundlich. Ein Wolf. Cool. Ich habe noch ein Ei bekommen. Öffne es. Fertig. Drei, zwei, eins. Los. Oh, oh. Warte. Creepers sind nicht gut, Mikey. Ihre Eier sind grün. Also pass auf. In Ordnung. Ich habe eine Art graues Ei. Ich werde es versuchen. Oh, nicht schon wieder. Pass auf, Mikey. Warum? Ich habe einen weiteren Verwüster gespawnt. Oh. Wir müssen ihn besiegen. Ja. Wir haben noch keinen geschlagen. Okay, wir müssen einige Gegenstände sammeln, um ihn zu bekämpfen. Sicher. Moment, wo ist er geblieben? Oh. Wir müssen mehr Gegenstände spawnen, bevor er zurückkommt. Oh, cool. Er lüht drin. Hä? Der Verwüster ist verschwunden. Ich wette, er ist in der Nähe. Gruselig. Da ist er. Das war's. Es sieht so aus, als würde er im Wasser stecken bleiben. Jetzt ist unsere Chance. Wir brauchen ein paar bessere Gegenstände. Das ist sicher. Lass uns dieses Ding gewinnen. Oh. Dieser Gegenstand sieht ziemlich interessant aus, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, dass es sich um ein Papageien-Sworn-Ei handelt. Cool. Ausbrüten. Hallo, Birdie. Niedlich. Leider wird es uns nicht helfen, den Verwüster zu besiegen. Aber du hast recht, Mikey. Er ist wirklich süß. Mikey, ich habe, was wir brauchen. Was? Schau dir das an. Ein Lagerfeuer. Oh. Und ich habe TNT gefunden. Wow. Oh, du hast dein Netherage-Schwert gefunden. Nachdem ich ihn in die Luft gejagt habe, kannst du ihn aus der nächsten Nähe angreifen. Das kann ich. Fertig. Drei, zwei, eins. Das TNT ist kurz davor hoch zu gehen. Wow. Ich werde es von hier aus übernehmen. Benutze dein Netherage-Schwert. Alles in Ordnung? Das Ding ist hart im Nehmen. Ich werde den Kampf mit deinem Schwert beenden. Ich bin nicht stark genug. Bäm. Boom. Nimm das, Verwüster. Wow. Er ist wirklich stark. Versuch das. Was? Das. Erkennst du dieses Ei? Warte, das ist ein Creeper-Ei, oder? Ja, jetzt schau. Ich werde ihn damit schlagen. Los geht's. Oh. Wow. Ja, ich habe einen guten Treffer gelandet. Steht immer noch. Wir brauchen mehr Gegenstände. Wow. Hey, wir haben gewonnen. Ich glaube, du hast es mit bloßen Händen beendet. Uhu. Wir haben es geschafft. Das stimmt. Nun, wir haben angefangen, in dieser zufälligen Welt zu spielen und am Ende einen Verwüster ganz allein besiegen. Hurra. Jedes Mal, wenn wir sprangen, bekamen wir einen neuen Gegenstand. Aber am Ende hatten wir viel mehr, als wir jemals brauchten. Ja. Die Organisation war schon eine Herausforderung. Mit jedem Sprung und jedem zufälligen Gegenstand, den wir bekamen, hatten wir viel Spaß. Übrigens, Mikey, der Kopf des Enderdrachen. Oh, ja. Ich denke, das Einzige, was wir jetzt noch tun, ist weiter zu springen und weitere Objekte zu sammeln. Klingt gut. Hoffentlich können wir noch ein lustiges Spawn-Ei finden und sehen, was drin ist. Vielleicht bekommen wir einen Enderdrachen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.